Jetzt sehen wir ein Ei auf uns zukommen und jetzt geht es darum, das Tier irgendwie zu erfassen. Wir wollen ja wissen, was will er, warum ist er hier, was beeinflusst die Situation, wie muss ich weggehen, muss ich auf ihn zugehen, das sind die Fragen, die wir haben. Sensationell. Ich habe Sachen erlebt, von denen ich nie geträumt hätte. Den Kontakt mit den Tieren, vor denen ich eigentlich Respekt schrägstrich Angst hatte, die mir genommen wurde. Und wenn ich jetzt vom Boot aus Haie sehe, springe ich da gerne rein, ohne mir ins Höschen zu machen. Und jetzt geht es darum, das hier irgendwie zu erfassen. Wir wollen wissen, was will er, warum ist er hier, was beeinflusst die Situation. Und jetzt geht es darum, das Tier irgendwie zu erfassen. Wir wollen wissen, was ich was will, warum ist er hier, was beeinflusst die Situation. Ich bin schon immer für Haie interessiert, aber doch auch ganz schön Angst hatte bisher und wollte einfach die Angst abbauen und näher an die Tiere herankommen. Und ich finde es halt einfach super, wenn man ehrlich beobachtet im Unterricht, was er irgendwie Vertrauen schafft und man ihm einfach glaubt, was er erzählt, erlebt das halt einfach. Und meine Erwartungen sind hier schon nach dem ersten Tag eigentlich absolut erfüllt gewesen. Und ich freue mich jetzt eben auf die Dinge, die da noch kommen. Dass man so nahe kommt und sich direkt mit den Tieren beschäftigt, das ist das Schöne. Neben mir? Ja, so. Vier Zitronen, eine, zwei Meter groß, ungefähr. Freunde. Neugewonnene, liebe Freunde. Neugewonnene, liebe Freunde. Leider, leider müssen wir schon fahren, aber Tiger Beach, Little Bahama Bank. Sure come again. Ja, ha, ha. Musik 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 Meeting your friends, it's a beautiful feeling Let's go up and dance! Love you guys! Check your senses.